Hi, wir checken gerade die Gitarre verzehrt diesmal, Sebi ist dran und wir haben noch einen Gast da, Sean Card. Ja und wir probieren das mal ein bisschen rum. Was ja immer recht cool klingt ist, wenn man beim Doppeln eine benutzt, die recht tief klingt und eine die halt relativ hält, dann kann man das kombinieren. Das gefällt mir schon mal gut, hey. So, das Arschloch kommt aus. Ich hab schon auch gerne mal eingesetzt im Kern. Das ist eine Matschkomponente, aber was ist es? Sind es die Tiefen mitten? Sogar mit Overdrive, also kannst du halb verzehrt und voll verzehrt. Und schon wieder verloren, Herr Koch. Hier, Koch, so hieß mein Lehrer in der Grundstuhl. Hey, oh, was habt ihr aufgenommen? Ah ja, die verzehrt die Gitarre mit dem Zug. Ich kenn nur da das Bildigzeug da aus China. Naja, aus Thailand. Also hier dann nach Kunst. Ch interfere lieber 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 skating und それ ist alles gut. Klar personal, schnell Le модiere Da ist small da Ich finde es sehr schön eigentlich. Aber das klingt ja schon schade. Also der ganze Amp klingt... Entschuldigung Jens, aber der ist nicht so toll. Also wir haben ein bisschen Sound gefunden und jetzt geht es mit verzeihrter Gitarre los. Seppi, erste Runde. Okay.